Das heißt so viel wie schönen guten Tag aus Island. Weil der Samstag doch recht ungemütlich wird, ist es ratsam, sich einen kuscheligen Wollpullover zuzulegen. Dann ist das triste Wetter morgen gar kein Problem. Der Samstag startet mit Niederschlag bei 12 Grad. Im weiteren Tagesverlauf bleibt es trocken bei einem Maximalwert von 16 Grad. Gegen Abend und Nachts muss erneut mit Regen gerechnet werden bei Temperaturen um 12 Grad. Auch der Sonntag wird trüb und regnerisch. Das Thermometer steigt dabei bis auf 14 Grad. Zum Wochenanfang wechseln sich Sonne, Wolken und Wind bei bis zu 13 Grad ab. Am Dienstag liegen die Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Am Nachmittag wird Regen erwartet.